da fehlt doch was ich hab's so gehört das doch richtig oder willkommen in der noppenklötzlenscheune mein name ist blog star und ja freuen die ärzte raten ich stelle euch heute aus dem hause kobe die 58 59 vor die legendäre mig 28 aus den film topgang freunde steigt mit mir ein am besten in unsere tomcat dann schauen wir uns den inhalt dieses kartons genauer an aus dem geheim archiven der 80er jahre niemand hat sie vorher gesehen die almighty mig 28 das kobe seit 58 59 aus der topgang serie natürlich im maßstab 1 zu 48 und hier haben wir den legendären gegenspieler die f14a tomcat schauen wir uns die rückseite des grandiosen kartons an ihr wisst vielleicht ich liebe dieses dark purple mit diesen roten einlässen hammer ja hier haben wir die fakten die so geheim sind dass kobe kaum welche drauf schreiben kann hier sehen wir die rotte die maverick und co angreift wir sehen die fakten generell von der länge her das flugzeug wird 29 cm lang und 9 cm hoch während es eine spannweite von 19 cm hat hier sehen wir auch einen dieser elite piloten der sowjetunion ja freunde ich finde es cool diese 332 steinchen euch jetzt zu zeigen ein top secret geheimnis wird gelüftet dafür muss unsere mig 28 aber kurz einmal in die lüfte ja freunde da ist der inhalt des kartons auf dem bautisch ein kaffee rührer nein den stand und 12 tüten natürlich alles bedruckt und ich finde es richtig cool dieses fiktive abzeichen der sowjetunion hier auf dem seiten leitwerk finde ich richtig cool sonst natürlich wird das hier eine farbenfrohe sache in schwarz wir haben unsere anleitung die nach vier klammer gebunden finde ich cool so eine große anleitung bei so einem kleinen set altersempfehlung ab acht jahren und wir bauen gleich drauf los denn wir haben ja keine bautüten unterteilung sondern wir reißen unsere tüten aufmachen häufchen sortieren nach farbe formeln wie auch immer ihr das wollt und wir bauen mit dem ersten bauschritt los bis zum ende der erste bauschritt ist farblich der zweite ist auch farblich der erste daraus danach wieder ausgegraut wobei hier der erste bauschritt wirklich das rauslegen und umdrehen eines steins ist richtig ja kobe ihr übertrefft euch immer selber wir haben hier legenden damit wir sehen welche brackets wir brauchen denn kobe hat welche die vorne schmaler oder breiter sind feile weisen uns den weg wir haben anlegehilfen und fertig sind wir dann mit den baustab 75 wenn wir an unsere mig 28 den stand drauf packen sollten euch teile fehlen könnt ihr hier kontrollieren und sie gleich dort monieren und dann haben wir hier auf der rückseite noch ein bisschen werbung zu den kobe sets aus der topgang reihe ja freunde ich freue mich euch jetzt richtig hier fakten raus zu suchen ich hoffe ihr wünscht mir viel spaß beim klemmen und ich euch beim fakten zu hören speed bild zeit ist fakten zeit und natürlich sprechen wir heute über die sagen umwobene geheimnis umfassende mig 28 wen wunderts freunde die mig 28 ist ein fiktives kampfflugzeug das vor allem durch seinen auftritt in topgang aus dem jahr 1986 bekannt wurde in der realität existiert kein flugzeug mit dieser bezeichnung die mig 28 wird im film durch modifizierte f5 tiger to flugzeuge dargestellt die von der united states navy als gegnerische flugzeuge die berühmten aggressors im luftkampftraining eingesetzt wurden die wahl der f5 für die rolle der mig 28 basiert auf ihrer kompakten größe und ihre agilität die sie als überzeugender darsteller für feindliche kampfflugzeuge im filmkontext macht die fiktive mig 28 wird im film als ein hochgefährlicher und technologisch fortschrittlicher gegner dargestellt der die protagonisten insbesondere den von tom cruise gespielten charakter maverick herausfordert die mig 28 wird als schwarz lackiertes flugzeug mit roten sternen gezeichnet was typisch für die darstellung von sowjetischen oder russischen flugzeugen in westlichen film während des kalten krieges war herausfallend ist hier nur der gelbe bzw goldene kreis die verwendung fiktiver flugzeuge wie der mig 28 in top kann diente dazu eine spannende und dramatische handlung zu schaffen ohne sich auf spezifische technische details oder fähigkeiten real existierender flugzeuge festlegen zu müssen dies erlaubte den filmemachern die luftkämpfe und die auseinandersetzungen zwischen den piloten in den mittelpunkt zu stellen ohne von den einschränkungen realer flugzeugtypen begrenzt zu werden in der luftfahrt und militärgeschichte gibt es keine mig 28 aber der film top kann hat dazu beigetragen dass diese fiktive bezeichnung in der popkultur verankert wurde die echten mig flugzeuge die von der sowjetischen beziehungsweise russischen firma mikrojan gruevic entwickelt wurden haben in der realität eine lange und bedeutende geschichte angefangen von der mig 1 im zweiten weltkrieg bis hin zu den moderneren versionen wie der mig 29 oder der mig 35 haben diese flugzeuge in vielen konflikten weltweit eine rolle gespielt und spielen sie leider ja auch noch heute zusammenfassend lässt sich sagen dass die mig 28 ein beispiel dafür ist wie fiktive elemente in der popkultur zu einer eigenen realität werden können die die vorstellungskraft der menschen anregt und das interesse an der luftfahrt und militärischen technologien weckt obwohl es keine reales gegenstück zur mig 28 gibt bleibt sie ein ikonischer bestandteil der luftkampf darstellungen im film und damit ist natürlich nicht nur der stinkefinger in dem film top gun gemeint und passend zu der these mit der popkultur haben wir jetzt ja hier auch das klemm baustein gewordene gegenstück der mig 28 von kobe die 58 59 die wir hier jetzt im rahmen der top kann serie aus klemm baustein zum leben erwecken freunde deswegen wünsche ich euch jetzt viel spaß beim klemm baustein review der mig 28 von kobe nach 50 minuten bauzeit steht sie da unsere almighty unsere mysteriöse mig 28 aus den film top kann natürlich wissen wir dass alle wir haben hier eine f5a aus dem hause northrop grummen die hier den aggressor spielt ich habe es euch bei den fakten schon gesagt diese flugzeuge wurden auch wirklich und werden auch heute noch als aggressoren also quasi in kriegsspielen als feind eingesetzt um die piloten der nato beziehungsweise der amerikanischen streitkräfte zu schulen kommt auch daher dass diese flugzeuge ja kostengünstig etwas leistungsärmer sind und somit wirklich gute aggressoren also flugzeugmodelle anderer staaten nachahmen können lustigerweise haben wir sogar die iranischen streitkräfte hier modifizierte bis also umgebaute nachgebaute versionen der f5a bzw f52 tiger im einsatz hier haben wir unsere komplett oder fast komplett in schwarz gehaltene mig 28 wie gesagt aus dem film top kann fangen wir an ich habe eine menge steine über hier sogar so eine jumper so eine versetzte jumper da weiß ich gar nicht wo ich sie vergessen habe schauen wir uns gleich noch mal an was ich euch zeigen möchte ist die anleitung ich muss ja sagen dieses set genau wie die r5a ist 300 und paar zerquetschte steine schwer um genau zu sein glaube ich 372 bin mir gar nicht ganz genau sicher habt ihr auf den infokarten sehen 332 da steht es tschuldigung um diese 332 steinchen merkt ihn nicht dieses set hat gefühlt wirklich viel mehr steine also ihr habt ihr wirklich bauspaß bei excellence und ich zeige euch das ganz gerne wir bauen hier wirklich sehr kleinteilig viele steine viele kleine steine und auch tolle bautechniken wie hier mit so einem achstein mit dem wir nachher von vier auf einen stein runter kommen was mir aber aufgefallen ist dass die anleitung so ein bisschen dreckig daher kommt also hier haben wir so komische farbverläufe und verläufe ist das stichwort denn kobe hat hier wenn ihr mal guckt irgendwie nicht so ganz sauber gearbeitet denn wir haben hier ein total verpixelten bau step den wir bei dem set 24 25 also unserer wirklichen f5a so nicht verpixelt haben also hier ist das schon sehr sehr grob schlecht ich da kobe nicht aufgepasst wir haben auch wieder hier diese bügel perle die wir später auch noch mal in die piloten figur setzen sollen nämlich hier ja so versenkt er quasi zwei braucht ihr aber gar nicht und die piloten zeige ich euch als erstes einmal weil ich diesen helm druck so cool finde und ich ist daher etwas schade finde dass wir hier nur so eine halbe figur haben da haben wir unseren sowjetischen piloten also hier diesen helm das gleiche symbol was wir ja auch auf dem seitenleitwerk haben aber wir haben hier nur eine halbe figur und wir haben da eine bügel perle die reicht komplett aus was ich aber für mich machen werde freunde ist dass ich diesen piloten schlachten werde also der tor sie geht hier an die seite ups und ich habe mich hier einen schwarzen torso von kobe besorgt somit habe ich jetzt hier eine richtige sowjetische mit 28 piloten figur die ich mir selber gebaut habe einfach weil ich diesen helm druck so cool finde ich werde dann diese figur irgendwie auf den stand platzieren freunde ihr könnt übrigens weil sie es auch machen wollt so wie kobe jetzt ja auch bei den neueren stands hier noppen verbauen auch gerne lego steine benutzen denn das schwarz ist schwarz das feld gar nicht auf so aber freunde ich wollte euch ja unsere mit 28 zeigen ich packe mal die anleitung an die seite über die habe ich jetzt genug geredet trotzdem freunde ich finde es design dieser topgang 10 richtig cool dieses lila rot wir bauen hier kurz wieder alles zusammen und dann zeige ich euch den stand damit geht es ja los einmal kurz scharf schalten denn dieser stand ist richtig cool wir haben hier unser typen schild der mig 28 mit der top gun lizenz da unten steht auch alles drauf wir haben hier unsere schwarzen großen fließen wie gesagt werde ich aufbauen und hier zweimal zweier fließen benutzen hier auch und dann jede jumper fließe und dann werde ich hier mein pilot so drauf stellen weil ich finde einfach eine figur gehört wieder zu finde ich cool habe ich mir selber gebaut und vielleicht habt ihr ja auch so einen schwarzen torso über ja und dann haben wir unseren trend clear stand der gehört mittlerweile zum repertoire finde ich gut kommt auch gut daher wie gesagt in diesem zelt haben wir sehr viel schwarz das ist nun mal so bei einer mig 28 ich zeige euch jetzt noch was ich was ich ganz cool finde generell an diesen f5 beziehungsweise mig 28 von kobe wir haben die bedruckten kanzeln hier in schwarz und wir haben dieses tolle cockpit steinchen unseren rounded einmal zweier slope hier mit sogar wenn man genau hinguckt sieht man dass wir da ein flugzeug auf dem radar haben wir haben natürlich das problem bei diesen großen schwarzen flächen dass wir hier immer das ja ich weiß gar nicht fabrikationstrennmittel aus den formen und natürlich den teig von unseren fingern sofort sehen ihr seht es wirkt immer so ein bisserl ja schmutzig diese schwarz obwohl es ja frisch aus der werkstatt kommt bis aus der fabrik bis aus dem karton aus meiner bauwerkstatt viel mehr man müsste das jetzt aber machen dann glänzt auch alles wunderbar also ich steine sind nicht zerkratzt aber sie haben halt schnell den teig von euren fingern und so auf den fliesen cool auch wieder hier grün und roter punkt an den fliesen an den wedges da kommt ihr auch nicht durcheinander richtig geil hier natürlich das große bedruckte seitenleitwerk mit diesem roten stern und golden gelben kranz ja von oben und von unten haben wir halt hier sehr viel schwarz was ich aber cool finde und da sehen wir auch noch mal diesen einmal vierer auf diesen einen stein hier eigentlich ein achsteil also eine anhängerkupplung richtig cool hier unten haben wir auch löcher also ihr könnt da auch dann waffen dran bauen so ähnlich wie wir es ja hier beim anderen vorbild haben im originalen bei der f5 cool ist dass wir hier hinten metallic haben diese schlüren habt ihr mir mal erklärt in den kommentaren die wir hier haben diesen verlauf hier das ist produktionsbedingt müssen wir mit leben trotzdem finde ich es cool dass kobe hier auf metallic setzt und wir mit somit auch wirklich ja dieses design der mig 28 aus dem film haben cool auch unsere bewaffnung hier unsere luft luft raketen die wir ja auch in den film top gang sehen ich liebe top kann ach ja und zum fahrwerk noch ganz einfach ihr könnt es ganz simpel hier ab machen packt ihr an die seite und dann hier auf dem stand und schon habt ihr einen schöne fliegende mig 28 bisschen schade ist hier vorne diese antenne die wackelt so da habe ich immer ein bisschen angst wenn man es nicht richtig zu drückt oder produktions ja ich muss ja nur nü sein ein bisschen grad über ist schon kann das raus flutschen hat auch nicht so spaß gemacht diese stange hier rein zu stecken beim zusammenbauen genau wie hier die fallen leicht raus trotzdem finde ich es cool dass kobe ich hier so ein formteil entwickelt hat und da sehen wir noch mal hier unser triebwerk also die mig 28 darf in keinen haushalt fehlen der sage ich mal auf 80er jahre kultfilme steht ich tue das top gun hat einen der besten an oder vielleicht sogar das beste ja intro aller zeit wenn man mal star wars filme außen vor lässt dieses berühmte gong intro auf dem flugzeugträger das ist einfach der hammer dieses set ist auf jeden fall auch der hammer ich muss ganz ehrlich sagen am anfang dachte mir so orne cobi warum diese papier lizenz wie so dieses papier flugzeug aber im kontext mit der top gun lizenz macht das natürlich total sinn und ihr habt ja auch am intro gesehen freunde es gibt jetzt für euch noch einmal detailbilder und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen wie immer an dieser stelle bekommt der detailbilder vom set dass ich für euch gebaut habe hier in der 360 grad version damit ihr euch selber einfach ein bild von allen ecken und kanten dieses sets machen könnt und während er hier unsere mig 28 drehen seht habe ich noch ein paar fakten für euch zu top gun wusstet ihr dass top gun damals um die 358 millionen us dollar weltweit eingespielt hat heute wäre das eine mittelschwere katastrophe für solche studios wie paramount denn heute müssen film ja immer an der milliardegrenze knacken wie zum beispiel der teil zwei der fast 1,5 milliarden us dollar international eingespielt hat der regisseur damals vom ersten top gun war tony scott der lustigerweise danach baby hills cop 2 gedreht hat wie ihr wisst wurden viele der flugszenen von profis der us navy geflogen die filmemacher arbeiten eng mit dem militär zusammen so wurden auch echte basen genutzt was aber auch noch interessant ist um mal wieder zu dem thema klemmbaustand zurückzukommen ist dass nicht nur kobe die top kann die zentrat sondern auch mega constructs ich habe euch sogar schon mal ein set von mehr constructs aus der top kann lizenz hier auf dem kanal vorgestellt schaut einfach mal ob ihr es findet ja freunde da ist das video schneller zu ende als maverick ein glas eiswasserechsen kann freunde die legendäre mig 28 aus dem hause kobe die ideale ergänzung zur 58 11 der f 14a tomcat auch aus dem hause kobe zwei personen gibt es davon wir haben jetzt hier endlich den antagonisten unsere mig 28 und ich habe es euch gesagt ich habe sie etwas umgebaut denn ich habe die mini figur die dabei war die ja keine richtige war noch gegen eine richtige ausgetauscht mit stand mit gas maske bzw sauerstoff maske und schlauch und nun haben wir einen richtigen coolen sowjetischen mig 28 piloten kann ich euch auch so nur empfehlen ihr habt bestimmt auch das ein oder andere kobe steinchen noch über und wenn ich schaut einfach unten bei mir in der video beschreibung bei den links dafür den link zum disco da gibt es den ein oder anderen der auch gerne mit euch kobe steine tauschen würde so habe ich jetzt ein paar über gerade bei diesem flugzeug lasse ich gerne das fahrwerk weg denn wir kennen es im film hier auch eigentlich nur fliegend schreibt mir eure meinung zur mig 28 gerne unten in die kommentare ich habe es euch gesagt ich liebe dieses set diese f5a die sie eigentlich ja ist kobe hatte einen tollen wurf gemacht gerne weiter so in diesem sinne freunde hört auf den gong spürt die gier nach geschwindigkeit in euch und ihr wisst ja seid gefährlich auf wieder aber an euer freund der loxte